Wir kommen ja wieder zurück, Claudio. Wir wollen nur diesen einen armen Lärm. Duuure! Hey, hey, hey. Immer diese bösen Schimpfwörter hier. Leute. Ich hab ne riesige Angst. Ich bin höflich. Ich hab dein Feuer ausgescheuert. Ach, und was für eine schöne Holzhelle-Axt das ist. Ich denke, ich werde sie Jasminda nennen. Was? Jasminda. Warte, ist das hier auch Steinblock? Wie? Steinblock? Oh mein Gott, ist das hier Steinblock. Boah, das hätten wir jederzeit holen können. Ach, Mann. Er hat uns ein blaues Portalsteinfragment gegeben. Wow. Du wirst mich gespannt, wieviel Schaden. Das dir mach, du Arsch. Ah, ah, ah. Klapp dir wieder auf die unschuldigen Leute. Oh nein, Patschi, was machst du denn? Ich will hier Gegner töten, um zu schauen, ob ich hier die Scales bekomme. Ich komm mit, ah. Ich hab, ich krieg auch für die ganze Emerald. Okay. hab keine Angst, ich komm zu dir. Le, komm zu dir und hab keine Angst. Kinder, fühlst du doch ich nicht. Stufe, ye. LeWut. Guck mal den kleinen H顆 und einen anderen. Du haust dich so hart, und teleportiert bist du jetzt weg. Nee, ich glaube die ですst nicht. glaube ich sollte meine bewegungsgeschwindigkeit etwas erhöhen weil ich so langsam bin ja ich merke das so langsam auch ich habe das gefühl irgendwie heftiger die rüstung ist die man trägt das so langsamer wird man das noch mehr die denken auch die dann geil ich schaue die aber alle jetzt weg spät die weg guckt die haben wir die keine chance gegen uns haben erbärmlich ich muss die ich muss die scales von saurien gegnern holen irgendwo im wüstengebiet dann kann ich mir einen geilen bogen machen wie kann man das mit dem elementar ding sie machen dann also hast du meine axt cool verzaubern weiß ich ob ich das kann also die elementar waffe die habe ich bei mir an dem druiden dings hier gecraftet also die war schon fertig so ich habe da jetzt nichts drauf gemacht damit die den elementarschein hatte oder so vielleicht geht das ja auch mit dieser axt dann ist zufällig noch ein gebiet wo wo die tessaurien kämpfer waren die dinos wir haben ja eigentlich noch gar nicht so viel die könnten in der britten im brennenden sanden gewesen sein oder die staubige kreuzung das sind eigentlich die einzigen zwei wo es sein kann ja geh mal in eins rein das sind wir es ist jedenfalls in wüsten gebeten das weiß ich staubige kreuzung ich meine ich kann nur unter mein röckchen schauen was hier was hier für die viecher sind magma made staub made grunzer grünschnabel und sandpanzer ist das so ein vieh nein muss irgendwas mit saurier sein ok was ist hier roter schleim mag man mal der sandpanzer krieger saurier da ja die brennenden sande das war dieses gebiet wo wir ganz am anfang waren ok saurier jetzt geht es euch an den an die schuppen hier kannst du ja auch das cape kaufen wenn du willst ja das gibt es ja hier bei dem tödel aber pass auf die gegner hier sind nicht zu unterschätzen denke ich nur weil du nur weil du mit der angst hast da sind die jeden oh guck mal das der da das problem ist ich kann ja aber die die geben scaly das sind kriegersaurier okay mittlerweile ist der level so hoch dass sie uns nicht mehr so fahrer 1 2 3 ja level aua aua du das ist das denn hier der panzer trophäe schon wieder jeng das ist ja die die kann man gut für bares verkaufen ok jetzt gehe ich mal zum verfügeln i don't care about you nein ach du sie sind überall wenn ich eingreife ergreift ihr auf mich nicht warum gehst du außenrum wenn es doch hier unten lang gehen können ich weiß auch nicht bin dumm das ok ich habe keine orientierung stände ich bin dumm ach so willst du dir einen umhang kaufen oder was ich glaube schon ok außer die tür ist nicht wieder nachgekommen ja stimmt die tür ist wieder oder nee die tür ist weg nein mein rucksack ist vor moment ich muss kurz dinge verkaufen so das verkaufen ist das verkaufen ist ja du das war ja auch nicht das brauche ich nicht mein holz schwert kann ich verkaufen jetzt brauche ich nicht mehr was ist genau genau was ist das eigentlich für ein material was ist das eigentlich für ein material oh ja die panzer trophäe verkaufen ist ja auch so erde so erde und jetzt du mein boy du verkaufst mir den geilen umhang jetzt kannst du platzen auch erde aber den kann ich nicht ausrüsten kannst du nicht oder er ist unter kosmetik 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 ah hübsch ah jetzt bin ich heftig aber er sieht cool aus euer klein wohnsöhne immun nein ich dachte gerade das wäre es wenn du die jetzt angreifen würdest die würden uns dann alle angreifen ha 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 das wäre doch toll brauchen wir eigentlich hier diese diese exen die da auf dem ding stehen ne die sehen nix aus oder nimm sie halt mit du kannst aber auch diese coolen dings die sie mitnehmen und ihm die verkaufen ah ne ok geht gar nicht die kann man nicht abbauen oder doch doch kann man solltest du abbauen können ja ich hab jetzt auch auf das kafulu t jetzt punch ich dich du hast das was ich hab auch das kafulu cape achso das cape ja ich bin echt drauf aber wir sind jetzt der kathulu clan ok ja gut dann würde ich sagen zurück zu raus wenn du meinen Boden craften kannst gehen wir noch zurück oh nein oh weg der arme man er steht da drauf ich bin mir ganz sicher das waren seine genauen worte genau so hat er es gesagt jungs ich muss sagen ich liebe euch wirklich ich hab euch wirklich gern ja hab ich auch gern gar noch nicht ich würde euch knuddeln wenn man nicht eineinhalb meter abstand halten müsste ja genau 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 deswegen genau deswegen so woodlocks oh mehr baumwollstoff oh gott wir haben keine woodlocks mehr äh was wir haben keine woodlocks mehr woodlock woodlock ich hab drei im inventar ich brauch noch vier stück doch mit uns warte 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 diese drei also die holzscheite brauchst du gell ja warte davon hab ich ich hab ich hab die auch ja ja gib sie mir gib sie mir damit ich mir ja dankeschön so viele brauchen eigentlich auch wieder ja die restlichen kannst du halt in die truhe stecken ja ja ich muss mal gucken was ich ja aber jetzt hm hm ah noch holzverlags ich kann mir auch bergbau krass sieht der bogen nicht geil aus warte alter ist der fett junge ja man genau deswegen wollte ich ihn abend er macht 45 schaden das ist das nice ok der sieht sehr geil aus hm ok ok war das hier dieser helm des bergarbeiters null alabasterbusch kolämis ja damit baust du schneller sachen ab ah ich hab ne idee was äh wie konnte man nochmal ah ne das ist anderes ah das sind baumwollsetzlinge kleinen ziegel ok bank bank da konnte man kupferplattenblock machen aber hm was mit dem eisenerz ich hab ja noch eisenerz und so und und ich setz die beiden boys jetzt einfach nochmal irgendwo hin kann man kann man ach genau ich weiß gar nicht wohin hm aber das kann man auch nicht machen schade schade auch ich weiß was wir sehen ok jetzt glaub ich hab ich jetzt mal mal gesehen also daniel was ich dich eigentlich hab machen lassen wollen ob du mal bei deinem dingsee nachgucken kannst ob du meine schöne axt verzaubern kann ach so äh warte ich schau mal warte ich werde sie da ablegen ich weiß gar nicht ob das warte da da liegt sie ah jetzt hab ich sie wieder aufgesagt irgendwie hier absetzen so äh ich geb sie dir warte äh ich weiß gar nicht mal gucken also ich guck erstmal bei meinem droiden dingsee hm hm kann ich hier irgendwas machen mit vorhandenen items nein das schonmal nicht nein wir können fucking mining drill machen kann ich Fähigkeiten was gibt's hier für Tränke das sind alles so die Koppel-Tick-Axe oh Zusatzschirm drängt der leere Wasser weißt du was du möchtest auch schon nur craften gehen nee soweit ich das sehe gibt's glaub ich keine Möglichkeit warte ich geb's okay ich geb wieder her ja ist ja gut sehr gut ja gut her damit her damit her damit yes ich probier's mal die Scheiße ah gute Penne hm ich kann mir höchstens vorstellen dass es irgendwelche Tränke gibt mit denen man das vielleicht machen aber Spreuer senden sie Funk Ambus nee scheinbar geht das auch nicht mit dem da habt ihr irgendwie Holz also diese Holz äh Dings die ist Scheitel? wahrscheinlich ich weiß es nicht warte äh drop na dankeschön warte jetzt hab ich mit mir auch ne neue Axt gecraftet damit der das ganze boi ja ich hatte immer noch diese blöde Stein Axt von ganz Anfang achso ja die hab ich ja auch noch und ich muss mir auch mal ne richtige machen naja gut äh ich denke an der Stelle kann ich aber die Aufnahme dann auch erstmal beenden und ich äh danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wenn es weiter geht bei Portal Knights und unseren spannenden Abenteuern yeah tschüss yeah boi ach aber das ist in Ordnung es ist egal hier regnet es eh nie äh ey bei uns im Briefkasten ist ein Geschenk oh ja ja hier im Briefkasten ist ja bei euch wie beim Briefkasten nicht so ein Holo-Dings na doch da ist ein Geschenk da ist ein Holo-Geschenk ja ne schwarze Eule ok fuck off ich nehm die Eule warte kann ich da auch reingucken ich glaube das kriegen wir alle oder? ich hab ne Eule ja ich hab auch ne Eule ich hab auch ne Eule hat sich ja tatsächlich gelohnt den Briefkasten zu klauen stell mal vor auf dem Briefkasten steht halt immer noch die Adresse von dem alten Besitzer und dann wollte er das oh guck dir mal den an oh nein der fliegt jetzt da rum ich glaube den nehm ich aber auch weil erstens mal läuft der nicht die ganze Zeit im Weg rum so Harry komm hierher wir müssen ja ich bin ich bin wir sind die Eulen Boys das passt dann so muss dann nur wieso nennst du ihn Harry weil das der erste Name ist der mir irgendwie eingefallen ist ich verstehe ok ich muss mal meine Haustiere in der Truhe ablegen ich muss glaube ich auch mal hier was loslegen ne da sind Mineralien drin hier ist äh botanik Zeug drin das mit Katja vielleicht gefallen ja genau wir müssen auf jeden Fall wir müssen auf jeden Fall so ungefähr gucken bis wir mal ne Ordnung langsam rein kriegen ich hab auch keine hier oben ist noch ne Truhe die ist komplett leer da machen wir einfach mal die besonderen Sachen rein ok ach so ok dann ja Bergbänke also wirklich so Sachen die man echt entweder finden muss oder speziell so Schlüsselitems ich hab hier meine zwei Haustiere reingemacht in die Unterricht dann mach ich auch mal hier meine ähm meinen Energiekristall rein damit kann man nämlich böse Dinge erschaffen wie wir beim letzten Mal ja herausgefunden haben ich hab hier noch so ein Wurmtotem Bruchstück so ein Ding Stil das mach ich auch mal rein ähm Werkbank Moment da ist so ein Schlüsselitem ich mach den mal hier rein ähm der war Portalstein fragment das und das das ist das ok sonst hab ich ok müssen wir mal schauen das ist Waffe das ist feuergeil Frederic das ist Verbrauchsgut erhöht die Rüstung für 2 Minuten um 30% das könnte gar nicht schlecht sein ist das normaler Mana Trank könnte ich ja auch gebrauchen am Weischen ähm wo steht eigentlich mein Droiden Ding sie steht glaub ich ganz am Anfang irgendwo ah ja da soo haben wir das rein haben wir das rein haben wir das rein ich hab sogar schon einen Umhang ne das rein das brüder Feuerwerk das nicht das des 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 ich weiß gar nicht was hab ich denn aktuell für eine Waffe ausgerüstet äh oh Gott wie ich aussehe das gefällt mir nicht gefällt dir das nicht das ist besser also ja ok ja gut ich muss auch sagen meine Körperrüstung passt nicht zu dem Rest zu meiner Rüstung aber das ist halt eine saumächtige Rüstung ich weiß gar nicht mehr wo wir die gefunden haben um ehrlich zu sein ja ich weiß nicht die die ich da unten gefunden habe als ich mich da drunter gebuddelt habe damals war doch die Mann kann sein das kann der doch 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 stimmt du hast recht ja ich hab dir eine krasse Rüstung gegeben oh und ich seh auch gerade der Grund warum ich so langsam bin liegt äh daran dass ich Beweglichkeit nicht geskillt hab ich hab bei Beweglichkeit noch 14 kein Wunder ey das ist ganz schön wenig sollte ich mal skillen damit ich mal ein bisschen schneller renne ja gut naja ich hab Agilität ja schon 39 weil irgendwie Agilität ein Decks ist quasi für mich wichtig ja ich hab halt auf andere Sachen geskillt unter anderem äh Stärke also ich hab du bist ja Magier du brauchst eigentlich nicht wirklich Stärke ja du brauchst Stärke nicht wirklich ja Claudius denke ich meine ja du kannst vielleicht ein bisschen nicht stärker naja also meine Sensenschläge das da wird ja mit Stärke gearbeitet ja also ich hab 38 Außort rein ja ich hab 42 Stärke und 26 das Ding ist wenn ich jetzt einen Stab hätte dann würde ich ja Fernkampf machen und dann aber ich hab noch keinen Stab gefunden aber momentan arbeite ich halt noch mit der Sensor und da ist glaube ich Stärke das Attribut was ich brauche nimmst du eigentlich auf äh ja ich nehm schon auf hallo und herzlich willkommen zu Portal Nights ich hoffe ihr seid wieder da in unserer illustren Runde wieder mit der 2 wieder das ist wie Minecraft wie damals mit Alex aber irgendwie jetzt nicht weil äh irgendwie auch nicht weil äh irgendwie auch nicht ich finde man kann das hier nicht so richtig mit Minecraft vergleichen natürlich baut man ja auch Zeug und so aber ich hab das Gefühl man kann ja auch mehr erleben als in Minecraft wobei ich mit schon ewig kein Minecraft mehr gespielt hab ich glaub wirklich seitdem wir das letzte Mal hier Let's Play irgendwie was gemacht haben hab ich Minecraft das letzte Mal gespielt und das war ja 2012 dann hast du einiges verpasst ich weiß gar nicht konnte man nochmal rollen ich weiß es nicht was ist das denn oi du kannst nur rollen wenn du im im äh wenn ich anvisiert zum Ausweilen ich verstehe uuuu halt ein langsamer wohl aber scheiße äh ja ich weiß ich weiß gar nicht wo ob wir letztes Mal an irgendwas dran waren mal grade gucken ich glaube nicht also hier ist wir haben eigentlich alles abgeschlossen hier ist mal das Finken vor zur Brände Zeitquest all die Hüte ach das ist das Weihnachtsding nein aber wir haben keine Mainquest wir haben hier äh Ereignis Sporenausbruch ich hab aber keine Ahnung ob das jetzt äh Sporenausbruch wir reisen einfach mal dahin ich glaube das ist es gibt ja ist das nicht die Weihnachtsmap ist das die wir werden es sehen ich glaube die Weihnachtsmap gibt es nach Weihnachten gar nicht mehr oder ich kann es mir vorstellen ich hab die Quest noch so Vielen Dank.